Peace Party People, wir sind Saros und Ford und wir sind zu Gast am 21. Mai am Sobald Beats in Enzenkirchen. Ja, mit dabei haben wir alle unsere Hits wie Das Gebrunschwerk, Waga, Tic Tac, Legendär, Wippenstimmung, Lyrotyp und so weiter und so fort. Alles haben wir mit im Gepäck. Natürlich mit dabei unsere neuen Remixer für Vanessa Mai, Andreas Kabaly und so weiter. Freunde, es wird richtig geil, es wird richtig fett, nicht verpassen. 21. Mai, Enzenkirchen, Sobald Beats. Wir sehen uns. See you.